Servus liebe Leute und grüßt euch miteinander. Ich, Myning2, bin mal wieder am Start hier bei Trackmania 2 Canyon. Und ich bin richtig aus der Puste. Ich bin gerade kurz... Ja, wohin gelaufen? Und das ist ja sehr schnell. Und jetzt bin ich aus der Puste. Naja, also... Ich guck gerade hier ein bisschen. So, äh... Wie dumm ist das denn? Okay, also, Trackmania 2 Canyon, wir starten das Spiel. Wir fahren mal wieder eine weitere Runde. Irgendein Rennen. Oder halt nicht eine Runde, sondern ein paar mehr. Ich hab das übrigens schon lange nicht mehr gezockt. Insgesamt hab ich das Spiel 5 Stunden gezockt. Und jetzt ist es schon sehr lang her. Wo ich das letzte Mal hier irgendwie ein Rennen gemacht hab. Also, schauen wir mal, ob ich das noch drauf hab. Ich weiß nicht mehr, ob ich hier das mal drucken muss. VASD oder die Pfeiltasten. Das werden wir gleich sehen. Das zeigt sich dann eh beim Ladebildschirm, oder? Ach nee, das ist ja schon ein Ladebildschirm. Ach, okay. Oh, ich hoffe, ihr hört das nicht so doll, dass ich hier aus der Puste bin. Na komm, jetzt, was ist denn los? Lade doch! Ja, so lang, lang ist es her, wo ich die letzte Trackmania 2 Canyon Folge hochgeladen hab. Wir spielen natürlich gleich. Komm, da haben wir da ans Berg. Jetzt sind wir mal gespannt. Ah, die Pfeiltasten sind's. Die man drücken muss. Okay, also. Hier muss man rüber, das weiß ich noch. Ach, oh, verdammt, du Kacke. Okay, fahren wir uns hier erstmal ein. Dann fahr ich noch eine Runde und wenn das dann nichts wird, dann fahr ich ein anderes Rennen. Weil ich will heute möglichst viele Rennen fahren. Ich weiß nicht, wie viele ich sonst immer gefahren bin, aber ist ja wurscht. Ich glaube, jetzt einfach mal irgendeinen Kars. Ja, also. Verdammt, ist schon wieder falsch. Oh, da hat irgendwer was verloren. Heckscheibe oder so? Nee, nicht Heckscheibe. Ja, hier wisst du Bescheid, was so ist beim Auspuffenden. Weiß ich jetzt selber nicht, wie das heißt. Nee, ich habe auch noch kein eigenes Auto, also muss ich jetzt auch nicht, noch nicht wissen, okay? Okay, also jetzt einmal hier so, dann einmal driften, richtig um die Kurve. Und er wird perfekt. Oh, habt ihr das gesehen? Das war ein perfekter Drifter. Richtig schön um die Ecke. Und jetzt geht's hier weiter mit einem weiteren Drifter, hoffentlich. So, der war's wunderschön. Der war nicht wunderschön, weil er richtig komisch war. Okay, also jetzt einmal rüber. Und dann hier schon in die Längskurve. Oh, der war echt schlecht. An der Wand gekratzt, sowas möchten wir nicht sehen. So, jetzt hier weiter. Zweite Runde, 17 Sekunden hinten. Das ist ja ziemlich schlecht. Wir fahren jetzt hier weiter rüber. So, und wieder ab in die Rechtskurve. Rechtskurve! Und schon, mit diesem Trackmanian Nations Auto. So. Ab auf die Überholspur. Oh, Mann, wieso fahr ich denn so schlecht im Moment? Naja, kein Wunder, ich hab auch schon lange nicht mehr gezockt hier. Hat jetzt auch eine oder fünf Tage halt Gaming-Pause, ne? Ich war im Urlaub. Also nicht Urlaub, sondern Abschlussfahrt. Das ist auch immer so, ne? Das muss ich auch erstmal wieder dran gewöhnen, an die Tastatur und so. Nisch, Mann. Aber, ihr wisst Bescheid, ich hab schon lange nicht mehr gezockt. Das ist dieses Spiel. Und dann muss man sich erstmal wieder einzocken. Und jetzt passt er mit diesem Thema. So, Leute. Also, wie geht's euch? Also, mir geht's auf jeden Fall gut. Außerdem, dass ich halt jetzt gerade ein bisschen aus der Pust bin. Aber es wird schon wieder... Warte! Alter, überholt der mich jetzt, oder wat? Zweite Runde, überholt der mich? Yo, der überholt mich. Der ist ja echt krass, ne? Ja, das wird jetzt wohl die einzige Runde, von die ich hier fahre, auf diesem Map. Fünf Runden muss man noch fahren. Leck mich im Arsch! Na komm, das machen wir jetzt noch durch, Leute. Zwei Runden schaffen wir schon noch. Oh, der war nicht so schön. Aber mir war ganz gut. Okay, so, so, einmal rechts. Okay, der hat gepasst. Der taugt. So, dann einmal rechts wieder. Ganz schön wieder rechts kurven hier. Okay, und ab in die Längskurve. So ein bisschen driften. Rüber mit dir! Oh, schlecht. Ja, wie es aussieht, wird das hier eine richtig schlechte Runde. So schlecht war ich, glaube ich, noch nie. Weil ich davor immer aufgegangen habe, wo ich so schlecht war. Und das war es jetzt auch schon. 250 Sekunden Rücksprung. Oder wie nennt man das? Keine Ahnung. Verbessern wollen wir uns jetzt mal nicht. Das taugt mir schon, die Goldmedaille. Hier haben wir jetzt hier überall schon eine Medaille. Oder halb mehr. Und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir mal zu grün. Hier habe ich erst eine Runde gezockt. Checken wir noch mal die aus. Die habe ich noch nie gefahren. Oder bin ich noch nie gefahren. Und deswegen wird es jetzt etwas Neues für mich. Okay, let's do this. Three, two, one, go! So, sieht ganz gut aus bis jetzt. Oh, jetzt bist du hier ein bisschen hart. Okay, okay, okay. Damit komme ich klar. So, jetzt hier rüber. Dann, wo müssen wir jetzt hin? Die Linkskurve, wie es aussieht. So, ja, ich bin ganz gut am Werk, denke ich mal. Okay, ich fahre dem jetzt einfach mal nach. Ja, das sieht jetzt ein bisschen schlecht aus. Aber das täuscht wahrscheinlich nur. Okay, der sieht ganz gut aus. Der Sprung. Super geflogen und ab ins Ziel. Wow, das war eine ganz schön kurze Strecke. Also, wenn wir jetzt nicht alle drei Medaillen haben. Jo, wir haben nicht alle. Also, spielen wir gleich nochmal. Weil das ist nämlich echt eine kurze Strecke jetzt war. Also, kommen wir mal in die rechts. Ja, wie soll man das nennen? Rechts. Kreis. Rechts. Ding. Was weiß ich. Was weiß ich, wie man sowas nennt. Jetzt ein schöner Flug hier. Oh, der war schlecht, aber auch ganz gut. Was ich da laber, Alter. Oh, der war nicht gut. Dann wollen wir nochmal neu spielen. Wie macht man das? Ups. Äh, okay. Dann machen wir hier mal nochmal so, ne? Vom Menü aus. Also, einmal spielen. Und ab geht die Party. One. Go. Tja, mal hier durch. So, ganz schön. Immer schön am Rande bleiben. Dann kann man ein bisschen überholen. Okay. So, jetzt versuchen wir hier einfach mal so zu stehen. Stehen zu bleiben. Nicht lenken oder so. Jo, der sieht ganz gut aus. Wenn man nicht lenkt, ist man immer schneller. Okay. Jo, der war echt gut. Nein, was mach ich da? Na, da brr, da muss ich da noch, Libre. Ne, das war jetzt keine Auslandssprache oder so. Das war jetzt einfach nur irgendein dummes Gelaber. So. Ich muss jetzt... Was muss man nochmal drücken? Äh, drück. Was denn drück? What the fuck? Was muss man... Was muss man immer drücken, um... Hä? Was drückt man denn jetzt gleich nochmal? Oh. Ich hab vergessen, was wir drücken, was, um neu zu starten. Ist der G oder was? Was stand da gerade? Wahrscheinlich stand es gerade da und ich hab es einfach noch nicht gelesen. Ich hab nur noch das O-O-O-Gelesen. Ne, wurscht. So, einmal in diese Kurve hier. Ah, schön. Das hätte besser gehen können. Naja, es geht immer besser, also... Soll ich mal hier nicht zu viel meckern. Okay. Ja, der war ganz gut. Ja. Okay. Einmal dahinter. So, ganz schön. Okay. Oh, der war echt... ...recht gut. Okay, ab. Auf ne neue Strecke hier. Das pisst mich an. Nischmann. Also. Schauen wir uns mal ne kleine Vorschau an. Okay, hier hoch. Dann so. Okay, genügt. Genug gesehen. Okay. Jetzt bin ich dran. Okay. Okay, einmal hier hoch. Dann hier so. Okay. Ja, das ist ja schon mal ganz gut gelaufen. Müssen wir, glaube ich, hier hoch. Ich fahre ein bisschen einfach mal nach. So wie vorhin auch. Okay, so rüber. Oh, das sieht aus, das hätten wir ein bisschen zu wenig Speed. Ne, das passt perfekt. Das war ja richtig gut jetzt, ne? Okay, wo sind wir jetzt hier, ne? Hier müssen wir rein. Ach, da ist ja gleich das Ziel! Na, da hätten wir ja schon was Besseres reißen können. Komm, das machen wir nochmal hier. So, ab. So kurze Strecken, die fährt man immer lieber, äh, die fährt man immer gerne öfter. Also kurz hin, wo man sich dann leichter steigern kann. Okay, jetzt Gas, 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 Keine Goldmedaille. Was muss man denn tun? Oh, ich muss 0,12 sein. Mist, 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 Mist. Gas, Gas, Gas. Bisschen rassistisch vielleicht. Naja. Egal. Okay. Pute Anstrengung ist das hier gerade. Wow! Da drüben ist auch noch das Ziel. Das habe ich gar nicht gewusst. Also ich hatte es für einen kurzen Moment gedacht, jetzt habe ich es mir eh wieder versaut, weil ich falsch gefahren bin. Aber dann hat es sich doch gelohnt. Perfekt. Goldmedaille schon. Yeah. So passt das doch. So, also jetzt auf Spielen drücken und dann geht die Party wieder ab. 38 Millisekunden. Okay. Fahren wahrscheinlich auch wieder zweimal. Oh, ist mehr da rein. Oh, sieht so aus. Das ist ja echt schlecht, wie hier vor. Okay, also hier müsste es jetzt stehen. Was muss ich drücken? Ah, Impfdrücken. Haha, das wissen wir doch. Mensch, wie kann ich sowas vergessen? Perfekt. 0,00 Millisekunden hinten. Äh, nicht hinten, sondern gleich. Einfach nur gleich. Was war das denn? Das war doch echt schlecht, wie Sau. Schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Alles schlecht. Fahren wir erstmal die Ronde so ein bisschen durch, damit wir uns auskennen. Okay. Also ich weiß so ziemlich, wie es geht. Okay, also einfach draufbleiben auf Tempo. So, und jetzt hier rüber. Und dann so. Hier durch. Da rein. So, hin, da, drüber, 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 hin, da, drüber. Ach, da ist noch gar nicht das Ziel. Verarschen oder wie? Okay. Und das packen wir, Leute. Das packen wir. Das packen wir. Komm schon, fährt um die Kurve, driften und dann hier rüber. Und dann war das sehr, sehr schlecht. Okay, gleich nochmal. So, okay. Der war ja mal ganz gut. Okay, ich vergesse mal die Kurve. Mensch. Nicht die Rock, die Kurve. Dann kann es schon besser werden, du. Du alle Sau. Ach, Gott. Okay, das war echt gut jetzt. 25 Millisekunden. Ja. Ja. Jo, 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 jo. Alright, alright, okay, alright, okay, alright, okay, alright, okay, alright, return to the mag, get one of these. Jetzt komm, man, wir müssen noch das Ding rocken. Wir müssen das Ding rocken, meine ich. So, jetzt ab durch das Ding hier und schön um die Rechtskurve. Schön driften hier. Oh, der war perfekt. Okay, langsam haben wir 15 Minuten erreicht, glaube ich, beim Video. Oder träum ich. Ich weiß es ja selber nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich habe hier nicht irgendwie eine Zeit oder so. So einen Timer. Jetzt verdammt nochmal, das müssen wir... Das müssen wir doch schaffen. Das wird jetzt eine ganz stumme Runde hier. Yes! Bam! Eine Millisekunde vorn. Das heißt, Goldmedaille. Yo, Leute. Jetzt hätte ich gucken müssen, wann ich angefangen habe, aufzunehmen. Äh, wie vor haben wir denn jetzt hier? 20.05 Uhr. Okay, Leute, das sind fast... Oder das sollten eigentlich genau 15 Minuten sein. Wenn nicht, dann ist mir auch wurscht. Aber naja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt am Video. Oder Spaß am Gucken. Und ja, wenn es euch gefallen hat, drückt ihr auf Gefällt mir. Das würde mich sehr freuen. Und dann hoffentlich sehen wir uns wieder. Dann sehen wir uns hoffentlich wieder. So ist der Satzbau richtig. Im nächsten Video. Und wenn ihr nur Turkmania sehen wollt, dann wahrscheinlich im nächsten Turkmania-Video. Also, haut rein, Leute. Brofest. Bam. Ciao.